Hallo Hanna, ich heiße Tarsila und bin eine Elfe. Ich lebe hier am Waldrand mit meinem Wasserfall und den Blumen. Wir leben aber überall dort, wo Menschen an uns glauben. Dann kannst du uns unter Blumen und Büschen finden, vor allem in Omas Märchenwald. Wenn du ein reines Herz hast, kannst du mich besuchen kommen. Dann helfe ich dir. Ich kann dir mit meinem Zauber Schönheit, Reichtum und Glück bringen. Solltest du uns kleine Elfen nicht achten, dann können wir sehr launisch und zornig werden. Solltest du uns kleine Elfen nicht achten, dann können wir sehr launisch und zornig werden. Solltest du uns kleine Elfen nicht achten, dann können wir sehr launisch.